So, und jetzt zur Verlosung des Jurassic World Fallen Kingdom Gewinnspiels. Zu gewinnen gab es zwei Deno-Schleimeier. Ihr müsst jetzt kommentieren und meinen Kanal abonniert haben. Jetzt habe ich hier die Namen der Kommentatoren eingegeben, bei einem Zufallsgenerator. Und jetzt werde ich hier draufklicken und das Ding wird für mich entscheiden, wer denn jetzt diese zwei Deno-Schleimeier gewonnen hat. Dir DJ K, ja, herzlichen Glückwunsch. Ich werde mit dir Kontakt aufnehmen und dann musst du mir noch deine Adresse zukommen lassen. Und vielen Dank an die anderen Teilnehmer. Es wird irgendwann wieder ein Gewinnspiel geben. Ich hoffe, ihr bleibt mir erhalten. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal.